Hallo Leute, heute habe ich was ganz cooles für euch, denn ich habe von den Ehrlich Brothers einen Zauberkasten und den möchte ich euch heute mal vorstellen und in einem anderen Video kommen dazu Tricks. Ich habe davon den roten Zauberkasten, diesmal was anderes und ich werde den Zauberkasten auch noch auspacken. Das ist auch ganz cool und dann sehen wir uns auch nach dem Intro. So, hier ist der Zauberkasten, das ist jetzt nicht Street Magic, das ist Modern Magic. Ich hoffe, ihr seht es so und jetzt werden wir das ganze Ding mal auspacken. Blub, haben wir ausgepackt. Ich zeige es euch jetzt mal so. Hier, so sieht es aus. Und wir haben hier einmal ein Bild drin, mit einem Bild hinten drauf, also ein Bild, mit einem Bild. Ja, ähm, wir haben hier so eine Dose, die man aufmachen kann. Ist da gerade was drin. Hier haben wir eine Dose. Ähm, ja, da hole ich mal ganz kurz die Würfel raus. Hier sind irgendwie noch Würfel, damit kann man auch einen Zaubertrick machen. Hier. Und was ich nochmal vergessen zu... Ich habe mal was vergessen zu sagen. Ähm, und zwar ab nächster Woche geht, Dienstag und Samstags, kommt ein neues Video raus. Und hier haben wir so eine Hypnosier-Dings-Scheibe. Und wie gesagt, im nächsten Video kommen halt Tricks dazu. Wir haben hier einmal ein Kartendeck. Das sieht so aus. Das werde ich vielleicht in den einen oder anderen Kartentricks mal benutzen. Hier haben wir so ein 10%, oder? 10% Breitvorteil. Und hier steht auch unten drin, ich glaube, man sieht es nicht so richtig, aber hier so, da steht noch was drin, wann die ganzen Zaubershows, sag ich mal, sind. Und von denen, hier haben wir eine Anleitung von den Ehrlich-Bretters, ne? Ähm, dann haben wir hier noch so ein Kreisel. Und dann haben wir hier noch so ein Daumen, oder ein normaler Daumen. Haben wir noch so ein Ding, so ein Ding, also warte, das sieht man nicht so richtig, aber hier so ein Ding. Haben wir noch drei Becher. Kann ich euch auch mal hier so zeigen. Ein Stift. Haben wir auch noch. Und wir haben noch so ein Ding hier. Äh, so ein Band. Haben wir. So, und das nennt man, glaube ich, UFO, ist das. Und noch zwei dieser Dinger. Und mehr im Zauberkasten ist hier nicht drin. Äh, ja, und ich werde im nächsten Video noch Zaubertricks dazu zeigen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao. .